Ein eigenes Auto zu bauen war immer mal ein persönlicher Wunsch und ich bin im Jahre 1985 nach Essen auf die Motor Show gefahren und habe da viele Dinge, viele Autos gesehen, die in Kleinserie gebaut wurden und hatte mir spontan gedacht, das kannst du eigentlich auch und ich bin dann nach Hause, habe mir konkret Gedanken gemacht, wie man so ein Konzept umsetzen könnte und habe meinen Bruder Friedhelm angesprochen und mit ihm vereinbart, dass wir das beginnen würden.